Herzlich Willkommen zum Brückenkurs Mathematik. Mein Name ist Dr. Laut und wir reden zunächst über Zahlen. Man kategorisiert die Zahlen in verschiedene Gruppen. Die einfachste Gruppe ist die Gruppe der natürlichen Zahlen. 1, 2, 3 und so weiter. Man kann diese Gruppe sehr schön an einem Zahlenstrahl symbolisieren, z.B. an einem Metermaßstab oder auch an einem Thermometer. Wir können die natürlichen Zahlen auch um die Null ergänzen und dann in die negative Richtung weiter zählen. Sie kennen das vom Thermometer. Dann kommen wir zu den ganzen Zahlen. Wir sehen, dass zwischen den ganzen Zahlen noch eine ganze Menge Platz ist auf unserem Zahlenstrahl. Hier können wir z.B. die rationalen Zahlen unterbringen, die Bruchzahlen. Quotienten aus ganzen Zahlen. 1,5, minus 1,5, dreiviertel und so weiter. Dann gibt es auch noch Zahlen, die sich nicht als Bruchzahlen dastehen lassen, die aber auch auf unserem Zahlenstrahl irgendwo lokalisiert sind. Das sind irrationale Zahlen. Die berühmtesten davon sind Wurzel 2, die Euler'sche Zahl E und die Kreiszahl Pi. Zusammen mit den rationalen Zahlen ergibt sich die große Gruppe der reellen Zahlen. Mit dieser Gruppe kommen wir auch für die Zwecke unseres Brückenkurses aus. Wir können die Zahlen durch Buchstaben symbolisieren. Wir haben eine Zahl A und eine Zahl B. Und wir können z.B. mit diesen Zahlen Rechenoperationen durchführen. Addieren, subtrahieren, multiplizieren. Wenn wir zwei Zahlen A und B addieren, erhalten wir eine Summe A plus B. Und auch das können wir am Zahlenstrahl sehr schön symbolisieren. 3 plus 8 gibt 11. Wenn wir zwei Zahlen A und B multiplizieren, erhalten wir ein Produkt A mal B. Dieses können wir in zwei Dimensionen darstellen. A ist die Länge eines Rechtecks, B ist die Höhe eines Rechtecks und A mal B ist die Fläche des Rechtecks. Wir können A auch mit sich selbst multiplizieren. Dann kommen wir zu A mal A oder abgekürzt A² mit dem Exponenten geschrieben. Hier ist A² die Fläche eines Quadrates mit der Seitenlänge A. Wenn wir A dreimal mit sich selbst multiplizieren, kommen wir zu A³ und das können wir beliebig weiter fortsetzen. Genauso wie die Multiplikation eine Kurzschreibweise für eine mehrfache Addition ist, ist eine Potenzierung, eine Kurzschreibweise für eine mehrfache Multiplikation. Wenn es um die Abfolge der Rechenoperationen geht, gibt es eine Rangreihenfolge. Diese Rangreihenfolge kann man in wenigen Regeln zusammenfassen. Die erste Regel, Klammern werden von innen nach außen nacheinander gerechnet. In dieser komplexeren Rechnung rechnen wir also zunächst 6 mal 5 und 5 mal 2 und suchen immer wieder die innerste Klammer, rechnen sie als erstes aus und erhalten dann das Endergebnis. Regel 2 und 3 Punkt und hoch setzen automatisch Klammern. A mal B ist also gleichbedeutend wie A mal B eingeklammert. Genauso A hoch B ist identisch wie A hoch B eingeklammert. Daraus ergibt sich die altbekannte Regel Punkt vor Strich. 2 plus 3 mal 5 3 mal 5 ist automatisch eingeklammert und wird als erstes berechnet. 2 mal 3 hoch 2 3 hoch 2 ist automatisch eingeklammert und wird zuerst berechnet. In dieser Aufgabe rechnen wir also zunächst die innerste Klammer 1 plus 9. Jetzt 2 mal 10 Jetzt 5 plus 20 und dann haben wir schon das Endergebnis. Zu jeder positiven Zahl gibt es eine negative Zahl, die zusammengezählt gleich 0 ergibt. Wenn Sie von der Zahl A die Zahl x abziehen, ist das gleichbedeutend wie die Addition der Zahl minus x. Auf dem Zahlenstrahl bedeuten positive Zahlen, Zahlen, die nach rechts gehen, und negative Zahlen, Zahlen, die nach links gehen. Wenn wir zum Beispiel 7 minus 15 am Zahlenstrahl rechnen sollen, geben wir 7 Einheiten nach rechts und dann 15 Einheiten nach links erhalten das Ergebnis minus 8. Wir können uns die Zahl minus x als Produkt von minus 1 mal der Zahl x vorstellen. Bei der Multiplikation von negativen Zahlen gilt minus mal minus gibt plus, minus mal plus gibt minus. minus 1 mal minus 1 ist plus 1, minus mal minus x ist plus x. Vorsicht, wenn Sie zwei Rechenoperationszeichen hintereinander sehen. a plus minus x bedeutet a minus x. a mal minus x bedeutet minus a mal x. und a minus minus x bedeutet a plus x. In dieser Aufgabe werden zuerst die Klammern berechnet. 1 minus 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 3. minus minus 3 bedeutet plus 3, d.h. wir haben 4.